Wie lang soll man das Kind nach einer Brustoperation nicht heben? Das hängt natürlich einerseits vom Alter und vom Gewicht des Kindes ab, aber in der Regel gilt, dass man so die ersten zwei Wochen nichts Schweres heben soll. Da sprechen wir von einem Gewicht von ungefähr fünf bis acht Kilo.